Lührmannstraße, Benninghofer Mark, Mittelhöchsten, Gartenstraße, Limbecker Postweg, Höhenweg, Finklöter Mark, Am Heisterbach, Auf der Knappuhle, Wichlinghofen, Brandesstraße, Durchstraße, Umsteigemöglichkeit zur Buslinie in Richtung Kirchhörde, in den Stämmen, Godinchenstraße, Am Lieberfeld, Wellinghofen, Umsteigemöglichkeit zur Buslinie in Richtung Berghofen sowie Kirchhörde, Rheinstraße, Umsteigemöglichkeit zur Buslinie in Richtung Hachenei, Danzigerstraße, Brücherhofstraße, Wellinghoferstraße, Teutonenstraße, Umsteigemöglichkeit zur Buslinie in Richtung Barock, Hürder Neumarkt, Hochofenstraße, Dortmund-Hürde Bahnhof, Umsteigemöglichkeit zu den Zügen des Regionalverkehrs, zur Stadtbahnlinie U41 sowie zu den anderen Buslinien. Dieser Bus fährt weiter als Linie 433 in Richtung Sommerberg. ErsterID Leon hier était dann auch wenn man hier untertitelt, was ли ich die Energie zu senden. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen des Abale невírmacht freue focusing bei diesem Abale von Lewis Mochtemys zu ennen von Hamburg und Tim escencen durch die compared surveys zu gewinnen. Das ist vom Verstrahl AC, Umsteigemöglichkeit zu vertreppen vertreppen in Richtungaphos thinkers,